...wahlzeit drin, denn das ist gleich ein riesen Lamento. Die Lastung muss die auch mal passieren. ...wahlzeit. ...wahlzeit. Außerdem, du hast doch gesagt, du willst hier fahren, ...und weg mit, 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 mit. ...die Haufen, dass es immer ... ...zirrchen, dass es immer wieder ... ...zirrchen, dass es da ist ... ...wahlzeit, die schlusset sich ja wieder aus, als wenn du kommst. ...wahlzeit. ...wahlzeit, ganz ruhig, ganz fertig, konstant, wie sie ... ...wahlzeit, die 16. bis 20, und in der Zwischenzeit, ...dann sie, die Stimme, die Stimme ... ...wir hatten nur eine Musikrechtsination, ...dann sie uns sehr viel Vertrauen gesetzt, ...wahlzeit, der Gäste, dass wir die Stimme müssen, ...die Stimme ... ...jede Stunde, bei einem Sprechstab, ...dann sie schon mal viel von Flaschen gesprungen, ...die in der Weise, die Stimme, das sind allzu viel Vertrauen, ...dann sie auch schon, das ... ...hat die Sonderartikel, ...hat die Stimme, die hier, wenn man spielen muss, ...wir ist, was unsere Hörer wollen. Wir haben hier 42 Jahre alt, wir haben uns gerichtet und dementsprechend wurden die Programme aufgemacht, musikal. Hauptsache, ich glaube so, dass wir in diesem oder in dem Titel nicht gespielt haben, ich stelle mich zum Beispiel immer an diesen Titel von Feiti. Wir haben hier einen 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 Titel von Feiti.